assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die hadika mahmud hat uns gandil gebracht und gandil entnehmen und vor morgen die ganadil ein maiskolben gandil zwei maiskolben gandil entnehmen oder geil gander dill 10 voltu dann die lehnen also für zwei maiskolben gandil die lehnen jalla aue koko aue dies auch gerade aufgestanden sieht man so vor dem gesicht die mutter färbt immer die haare dass sie aussieht wie eine deutsche haare die almanäa da seht ihr wir haben wir sind gegen stahl sauber gemacht also wir haben wieder richtig heiß wir müssen jetzt wieder die hühner baden ich habe schon zu meinem mann gesagt morgen früh tomorrow in the make the chicken the banjo mischkeling habibi duschen duschen erscheinen namaste kina hat gesagt er kommt mit messern nummer messer nee wir müssen sie duschen es haben mit duschen sekina heißt messer und ich habe gesagt wir müssen sie wegen den namas schmilben namasch so wir wollen jetzt das erste mal grillen ich glaube es nicht und es war nicht meine idee ich bin ganz baff wir haben jetzt hier schon mal ah you live like this you will take this rubbish for fire mayani marsche ok na jetzt sucht er noch holz und dann machen wir hier ein kleines feierle hatte ich habe noch gar nicht nach den eiern geschaut hat da bin ich gespannt ich bin ganz verschwitzt es ist eine hitze das glaubt ihr nicht heute haben wir ja guck mal ein ei mit frisur mit einer feder heute haben wir haben wir hier noch eins nein ja manchmal haben wir auch mehr eier jetzt werden sie ja auch größer die hühner gibt es ja auch nee ja ich bin gerade in letzter zeit immer nur mit vier eiern jetzt habe ich mal fünf ist auch gut so mausi hilfst du mir mal kurz hier du sammelst holz wie immer kurz pass mal auf uhr hilfe und das kleine süße von der gabi ich zeige euch mal die gabi gabi fern not die gabi die gabi ach ja hier ist die gabi guck mal die tochter von der gabi und schnuffel wird auch immer größer ja ich hatte die küken draußen ich habe es jetzt wieder rein weil es einfach zu heiß ist die sollen wir müssen da wir werden da wieder uns draufsetzen so hier mein mann hat mir goldene spray gebracht kann ich euch auch mal zeigen das ist total toll so oder hat den ast weg der barber gut hier hochgeschmissen wahrscheinlich die schafe am futtern klee hat er gerade gebracht ich zeige euch mal ich habe endlich die vase fertig jetzt muss ich nur noch bepflanzen ja schaut wir haben hier wieder arbeit ohne ende ist ich hoffe bald hat es ein ende wenn ihr jetzt meine treppen seht und meine pflanzen die aubergine die wollen gerade haben sie blüten hier jetzt sind die voller cement hier ja guckt euch meine treppen an und ich habe keine lust irgendwas zu machen bei der hitze da kann ich nichts machen machmut sagt er hat heute geschaut dass mein papyrus wieder weiß ist grün ist aber der hat nur wasser gegeben mehr hat er nicht gemacht ja hier die war sie kennt ihr ja noch die habe ich ja gemacht du hast deinen körper gewaschen jetzt sag es noch mal du wirst dein körper ja aber angezogen hast du den körper gewaschen wenn man duscht sieht man sich doch komplett aus du hast du deine arme gewaschen die füße hast du nicht gewaschen also nur die oberarme da hast auch gewaschen stinkt da ja ja und dein gesicht und warum hast du dich gewaschen ja ja es ist heiß ist es schon heißt weil es ist heiß leute ich kann noch mal zeigen also das ist keine große aber man muss ein bisschen rubbeln und er das ist fest da braucht man einen spachtel der coco guck mal der recht immer auf und dann haben wir hier die fliegen mal sehr hast du gekauft was ich gesagt habe brusol es sieht vergessen juni stoppt stop this please ja ich wollte euch mal zeigen meine goldene vase also einmal hier in silber und die habe ich groß gelassen in gold die ist schön geworden jetzt muss ich nur noch überlegen was ich da einpflanze hier ist der pfefferminz drin wir werden sehen schaut mal ich kriege immer schöne überraschungen und hier ja es trocknet es ist ja wir haben heute bestimmt 50 grad gehabt 48 also man muss halt viel rubbeln don't hör auf jones wenn der schlauch runter fällt du weißt dass der barber dann ist er richtig böse auf dich hör bitte auf das auto hat er auch abgespritzt ja wir haben immer was zu tun leute und never ending story ich bin gerade heute ein riesen essen gekocht und dann komme ich raus und soll hier arbeiten das habe ich kein bock sage ich ehrlich jetzt erst mal mais warten bis mein mann kommt und feuer macht wenn du jetzt nicht aufhörst jones so leute jetzt kommt die große überraschung afrodite und adonis jetzt jetzt sogar adonis die haben sich etwas ausgesucht wollte hier eier machen das ist eine gute idee habt ihr schon ich war nämlich heute morgen da da war nix habt ihr schon eier gemacht zeig mal nee da ist doch nichts ihr tut nur so ja das ist ein alter käfig den habe ich so hingestellt dass sie da oben sitzen können ein bisschen abgeschirmt sind und hier sind die babys gekommen sehr aufgeregt aber wenn die so dran bleibt dann dauert es immer lang moment ja das dauert noch drei vier tage im moment ja nimmer lang so ich habe es gerade in die land in die lampe gehalten um zu sehen ob alles gut ist hier ok da ist ocean ich habe immer noch keine zeit gehabt mich hier reinzusetzen und zu checken ist es ein junge oder ein madel ja ok weiter geht's und ihr sucht jetzt heute was wo ihr eier machen könnt da bin ich mal gespannt wenn die babys haben sehr schön sehr schön na gut oh ist das eine hitze leute ich sag's euch ich jammer immer aber muss sagen alhamdulillah haben wir schönes wetter so jetzt warte ich auf meine leute dann können wir kurz die wasserbüffel noch zeigen das haben wir wieder eine runde gemacht ach guck mal das will er verbrennen marschie und die busi penny und johnny hinterher blondie und bounty die fressen hier zusammen ja lasst euch schmecken verlass so wo ist jetzt meine familie ach mein mann hat gesagt er hat nochmal eine schubkarre voll die er bringt stimmt das habe ich vergessen und ich warte und warte na gut so heute haben wir die küken hier reingebracht könnt ihr mal sehen die haben auch milden dieses mal muss ich sie mitmachen es ist einfach zu heiß ich muss jetzt aufpassen weil diese brut hier auf die muss ich besonders achten weil die sind ja bäscher gene na das sind die brahma hier seht ihr so ein brahma hahn mit mixen halt mixe keine original aber wenigstens ein bisschen was hier auch ich überlege mir sogar ob die ich die wirklich nicht ins haus holt und dann ventilator tue bei der hitze es ist wirklich zu warm ich hoffe es kühlt heute nacht ab und mein mann macht noch ein feuer im ganzen winter machen wir nix nein wir brauchen kein lagerfeuer oder na aber jetzt wenn er mais gekriegt hat kommt er auf die idee ja ich bin nicht so der fan aber gut warte mal ab und ich werde natürlich aufnehmen für euch maiskolben und ihr seht der ist schon richtig gut der ist richtig frisch lecker 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 machmut sucht feuerholz kurz vor maghreb nee dann macht er das macht er ja mit feuerzeug an wir sind zwar im dschungel aber so tief noch nicht im dschungel jones wir haben feuerzeuge und wie haben feuerzeuge heißt wala 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 und dann haben wir noch kabrit kabriti saidi kabriti maybe i don't know kabriat ah mahmud you take it from up here hm all this for some gandil all this for some gandil in this heat for the stomach you bring everything after i cook so much good for you you would think you say up for your stomach this is the nafs dessert guck mal wie schön hier die sonne spiegelt sich komm mach uns mal ein glas wasser oder für deinen vater der ist durstig ich auch du auch bis wir grillen ist alles schon weg getrunken khalas Mahmoud, it's enough now you can go one by one to put Tani open Yunus, geh weg jetzt da deine schöne Haare werden Yunus you say bismillah bismillah alhamdulillah bismillah bismillah mashallah geh bitte weg jetzt vom Feuer, Yunus komm hier nach vorne komm, halt Yunus, komm einfach runter bitte, bitte, bitte so, jetzt steh mal hin und gucken und du ziehst auch dieses Wollkleid an nach dem Duschen komm immer bis Abstand beim Feuer nimmt man Abstand weil das kann was passieren guck mal, wir sind alle weiter weg siehst du immer ein, zwei Meter Abstand halten ja, ich zeige euch das ihr habt noch nie ein Feuer gesehen ja, das ist what you say for what plastic wow, we don't put plastic irgendwelche Plastiksachen hier ins Feuer okay you wash your hands when you cook ich habe genug gekocht zu hören ich gucke in a enough in a hard so i'm just the watcher in a hard now die gehen nachher noch zu einer hochzeit ich putze heute nix mehr dankeschön ich bin die Putzfrau genau du bist der Putzmann hilfst du mir bleibst du hier oder gehst du zum Pfarrer Mausi, hilfst du mir putzen oder gehst du zum Pfarrer ich weiß nicht diplomatische Antwort natürlich gehst du zum Pfarrer anyway guck mal es wird schon mehr das Feuer you must bring a big wood also we will not make all we make every evening schweyer what Mahmood why did you directly ah we have this hadith it's not my problem you make like this the Egyptian way this is a the mousy Egyptian way komm die will auch komm ah hier bitteschön mais no 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 nur die Schalen komm wir putzen den rein ein o a k die nam 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 chalas give it to the sheep für die Schafe Mr. Gildo, you need your gandil but I really like when you bring shoes in Nagahamadi you look in every shop and you come without shoes you have in your beard here something from the hair you have there's something Iowa it was sharp so and it's somebody I invite two years now I think the show I fire and yet is I invite the first time how many you make now inside because you can also give to your family I will bite one time I don't know we will see this is also not so good so viel give it to the sheep so viel dürft ihr auch nicht dem Esel geben Jonas nein aber die schafe what gibst der Busa nicht alles dem Esel der Heidi so we can make a cigarette in the bus you you has gehört and how old you was in this time ten years you make cigarettes you take newspaper paper or we need and who smoked this you sell it or what I'm not what how old you was I cannot believe this 15 because ten years this little bit this is like Amina Mahmood like Amina I know this is full black now take it off this up look you burn all this who will eat this I don't think I do for priest verbrannte mais guck mal this one look in the back and in the back all let's go away the noise t-shirt is also wieder ganz dreckig yellow wir machen lagerfeuer bei 50 grad guck mal verbrannter mais and this is radio this is broken like this will you eat it smash ah you see my it's better like this when you put it up the barbecue man with the hands out for nothing the fulfill effect I'm gonna take care for the galabay jetzt ja leute das machen die ägypter guck verbrennen den mais und dann wird es gegessen als dessert yeah this is this is the chocolate my mood I smell full you put back it's not ready this is and this is more than black but this you cannot eat this is like it cause cancer I'm not joking really this wire okay but this too much it's broken and this one is is broken uh-huh yes you can live in the fire homeless who eat this you eat this bring you wanna make this is too much black it's too much the children will not eat this black call it's why a black musk I was this is ready look full good okay not all mashy Heidi oh oh yes okay this there she not become ill but you become not it does the easel that they'll crank with but the children can become ill and I can bring it easy but she will turn like this is something I think when you work in the hotel in the barbecue area it will not be a good job for you you get they fire you a la tool when you make this five stars hotel you make like this or hook this black the people will look to you for this we pay money we zahlen geld und kriegen schwarzes zeug for on euch und da sitzt da kommt man mit drecklichen händen und arbeitet am feuer jones hammer leave this und was machst du da okay was machst du da krokodile schlachten krokodile schlachten krokodile schlachten erzähl doch nicht sowas krokodile dandy bring the dust in the dandelies the fillfeldy ah die gewürze ich kann nicht mehr die 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 Wait Good? Leute The black side, give me also a try and I say the truth now But hold it, I cannot My softy hands Wait No, not bad really Baby I want my son Mmm But it's okay Baby 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 I'm in the back Mahmood There is one else you leave it And what about this one here I'm going to eat I'm going to eat this No It's not good No So somehow it's good 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 That's good That's good That's good How does this is better? It's good I prefer das nur nicht von den straßenverkäufern holen weil die immer schmutzige hände haben das ekelt mich ein bisschen passen das noch so an und geben es dir vielleicht hat er vor einer nase gebohrt deswegen mag ich ja nicht der bar bei den verkäufer in der straße und mal ja aber hier schmeckst du nicht schlechtes verbrannte zeug ja wir räuchern ihre ihre milben aus dann siehst du jetzt hast du geduscht und riechst jetzt nach lagerfeuermaus einmal durch die früher kommen gibt ja mal aber erstmal nicht das ganz schwarze die schwarze seite ok ein bisschen mehr, wir haben mehr hier, Dora hmm this is the dinner family time quality time wir machen ein feuer und essen verbrannten mais aber super lecker kann ich euch wie gesagt ich habe wenn es gibt dann hier in horgada auch in den straßen diese verkäufer aber wenn man sieht und auch die verkaufen ja auch andere sachen wenn sie da mit den händen so rummarschen also das ist mit den haut schüppchen in den händen das kann ich einfach nicht so zu hause ist kein problem aber draußen von fremden leuten da das nix da vergeht mir der appetit als ich das ach dieses mit rabs das looks like full of sand guck mal leute ist so auch das schwarze komplett gesund ist das bestimmten aber lecker da war ein korn drauf ist ein korn ein gewalt der last kann ammatt sei nam moot's a in etel a time will make you barbecue i say what la 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 Das ist ein schönes Thumpnail, Mahmood in der Fire, Heidi. Das ist ein schönes Thumpnail, ich esse auch für dich selbst, du cleanest es und ich kann es voll mit Trab, aha. Mama, ich danke dir, ich esse ein Toi. Give to Nora also one. Weißt du, hier machen sie das mit so, die tun das Trocknen und dann machen sie das Toi. Give this Toi to them, huh? They see this? Oh, guck mal, die sind schon im Stall. Wir schlafen hier. Seht ihr? Nein, Jonas, du suchst dir eine Wohnung in Aswan. Nein. Du hast es gesagt, wenn du groß bist, gehst du weg von der Mama. Aber eine große Wohnung hast du gesagt, oder? Eine viel, viel größer. Darf ich dann auch bei dir wohnen? Ja. Viel mindestens groß. Größer als das? Ja. Okay. Und was machst du in der Wohnung? Bis zum Himmel. Bis zum Himmel. Ja. Aber da brauchst du doch viel Geld. Woher hast du das Geld? Ich nehme, ich, 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 ich glaube in der Bank und ich gehe ganz schnell in Aswan. Du gehst, wirst ein Bankräuber? Guck mal, Mahmoud, he steal it from the bank and run to Aswan and build a big house. Yes. Your son. Which bank? Ich habe ihn. Bankräuber kommen ins Gefängnis. Das weißt du? Ja. Du wolltest doch Polizist werden oder willst du jetzt Räuber sein? Räuber. Räuber. Na, schauen wir mal. Also, das Essen ist fertig. The food is ready. Jalas? Weißt du ihn. Ja. Die. ylotälet. Taney. Lass? Bring something to put this to bring it for your Tatti. Fertä, Uma. and your father is happy when he get one he bite with his last teeth go take it what is what you do one more video machen davon noch mal gucken du musst aufnehmen die oma ist da naja lasst so jetzt wird gegessen getrunken ja leute und die gehen nach hause geht man sagt und die don't need the kina oder tabak happy bringt er hat sich riesig gefreut somebody died mach mut er hier der lehmach mod wieder gestorben jemand na gut meine lieben jetzt habe ich bald keinen speicher mehr wir sind am essen ich habe es tatsächlich ich esse es tatsächlich das schwarze zeug schmeckt wunderbar also leute ich habe mich immer geweigert aber das erste mal beim eigenen grill schmeckt schon besser ich wollte nie von gas essen das war es jetzt für nur der opa hat der oma ein stück gegeben der spiegel der opa redet wieder mit der oma gut karlas jalla also leute kommt maghreb bis die tage mach ich lehmau bei 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 ist das süß noch mal karlas bei bei